Hey Internet und YouTube, Silent Hill Downpour. Endlich geht's los, heute bekommen, 5 Minuten später war es schon in der Xbox drinnen. Ein paar Sachen, ich habe jetzt ewig lang herumgestellt mit den Sound-Einstellungen etc., ich werde die Aufnahme bei der Xbox nie verstehen, weiter Smartfraps vielleicht ist hin und wieder die Anzeige zu sehen, die Frames per Second Anzeige, versucht es irgendwie zu umgehen, aber irgendwie verträgt sich das mit dem Spiel wohl nicht. Anders konnte ich es leider nicht lösen, aber ich möchte es euch zeigen und ich möchte es weiterspielen. Und wir machen jetzt ein neues Spiel. Ich bin sehr froh, dass es endlich da ist, auch wenn die Kritiken gemischt sind. Spielschwierigkeit normal, Rätselschwierigkeit gibt es leider keine Quantum Pro Stufe. Für alle neuen Zuseher, die werden es später in Episode 2 merken. Warum? Alright, ich werde das Spiel nicht schnell angehen, sondern ganz in Ruhe. Wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass endlich mal wieder etwas in diese Richtung da ist. Und nun genießen wir das Intro. Ich war es nicht so, wie sagt es離ere gerne noch weiter. Also machen sie nur das Spiel. Ja, ich bin immer wieder dieser Bedeutred. Okay. Ich kling dem Tutorial nach, okay? Du, hier ist sowieso noch... ...irgendwas erleben. Ich weiß nicht was, aber... Cupcake! Alright, sweetheart. Ich bin anscheinend schon sehr lange im Gefängnis, dass er mich Cupcake... Okay. Ah! Alright, Dusche, Gefängnis, das fängt gut an. Ich verstehe, natürlich, absolut. Oh, Messer! Alright! Ah, super! Drei Minuten im Spiel, schon werde ich als Idiot beschimpft. Wunderbar. Ein guter Beginn. Ah, okay. 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 Ich verstehe, was ich? Ich verstehe, was ich? Was ist passiert? Wo ist Sewell? Hallo? You don't recognize me, do you? What? No! I... Guards! Guards! We used to be neighbors. We used to be neighbors. Guards! Guards! Open the goddamn door! Help somebody! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I... No one's listening. Help! Jesus, help me! Jesus. Okay! Du! Ich weiß nicht warum, aber du hast das sicher verdient. 건 I don't mind mine at all! Like me what? Keep winning! Zum Messer! Zu Messer! Wir kommen deinem Ende bedeutend näher, Miss Piggy! Ha! Au! Oh! Oh Gott! Char! Oh, 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 oh. Why? You know exactly why. Did I wake you, Pendleton? Come on, rise and shine, Cupcake, you know the drill. I guess today's a big day, huh? To tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. Prisoner secure, open 302B, transfer. In fact, we're going to cover. OK, come on. Here we go. Untertitelung des ZDF, 2020 Freiheit ruft, Silent Hill. Will jemand tauschen? Nein? Seltsam. Vielleicht hätte ich mir gedacht. Ich kann ja nicht schneller. Noch immer nicht. Mit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das glaube ich, ich bin auch der bestaussehendste Häftling im ganzen Gefängnis, mein Freund Untertitelung des ZDF, 2020 All yours now, Sugar Let's get this done Yeah, all right You heard the lady Mount up What we got here Pendleton Get on the bus Buckle up, get cozy We got a long ride ahead of us Ooh, ooh, ja, all right Das war's. 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 Oh, God. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Alright. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis später. Tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.